Das sind noch so, dass man die Disteln gesät wird. Das sind die, die das Wut gehört haben, aber dann kommen die Sorgen an das Leben, das anschmerende Rektum und das Verlangen noch viele andere ab und das Wut kann nicht Frucht bringen. Dann hast du noch dort, dort ab Gaudi-Erd gesät wird. Die Hörden dort Wut, erneumen dort ab und brachten Frucht und vermieden sich 30, 60, 100 Mal. Also, das muss ich einmal verstehen, dass, wenn ich ein Video rausgebe, einmal ohne zu denken, flachende Laus in meinen Miefhild tabellieren und was ich doch finde, wenn ich mich anzeigen Sie wieder, dort ist noch einmal von dir 75%, wenn wir dort sowas wollen, drei Teile, dort sind die, und da ist nicht viel, die haben Jesus Christus angenommen, sei ein Fehler von dir, aber das sind die, die eben, ewigens wieder nichts, nicht du am Raum, wo das tät, sie meinen, sie an Jesus Christus angenommen, da ist eine Säger, Sägergrote hier vor. Wir in Offenbarung 3 liet uns dort Säger klar, wo Johannes der Breiv nach Utschackendeck nach der Gemeinden, die liet uns dort Säger klar, dort, äh, die, äh, die, äh, die, äh, die Laue, also, was ich nicht ernstlich geeifte haben, um, ähm, ähm, jäschlichen wiederzukommen, und gehen wieder rauf, und keilen auf, und sind schließlich bloß warm, da, was Gott war er ütspielen. Also, der hat hier einmal ernst genommen, also, zu sagen, das will ich nicht, aber der spricht hier automatisch war er üt, wenn der Hand sich, sorry, in jemier, Meier, äh, in der Welt, auswärtlich, äh, für Gott. Der hat nicht die Verfolgungen verdreht, wenn sie wieder ein Tischwerk geplant, in Amm wieder in der Bibel zu forschen, äh, geht es wieder rauf und wieder rauf, und da spaten, Ewa, viele Dinge, wo der Mensch dann wiedergekommen ist. Wir sind hier in Gästlich, soja, soja, da wird gefolgt, dass ich mir sage, wo ich, aber, ich sage Gott, und für jede, für jede, Pastor, für jede Prediger, was ich hier in, da, dass es so schön, dass es heute Prediger in der Halleluja. Wel, wo Gott danke, für solche Menschen, und Staat. das ist hier in der Halleluja. Ich bin hier in der Halleluja. Also, das ist so schön,